Das ist dann ja schon mal nicht so schlecht. Jetzt haben wir auch die bessere Waffe, wo wir mehr Leute gleichzeitig mit umhauen können. Und ich glaube, jetzt ist es sogar schon der beste Weg, wenn wir hier einfach lang rennen. Wenn wir diese Abkürzung halt, wie gesagt, nehmen. Oh Gott, das lag jetzt gerade krass. So, Pause gemacht haben wir gegen 20 Uhr, stimmt. Oh, ach was, vielleicht viele noch gar nicht wissen, ne? Ich habe morgen Urlaub, haha. Ich muss morgen nicht arbeiten, ist das nicht toll? Oh, hoppala. Da haben wir kurz ein Bäuerchen gemacht. Das ist ganz schön neblig hier, habe ich das Gefühl. Müsste doch rein theoretisch funktionieren, wenn ich jetzt hier einfach vorbeilaufe. Zu denen da rein und die dann da ummurkse. Ja gut, was heißt. Ummurksen, das wird glaube ich ganz schön anstrengend noch. Wo ist denn die Fü- Da. Wo ist denn die Fü- 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 gut wir trinken mal eben ein schlückchen das ist schon wieder zu früh getrunken naja egal super schön weit getrieben jetzt muss ich mal eben hier raus ist ja nicht mehr so viel oh ich hab's kleine puppelsäle der diakonie des abgrundes nice ich hab den boss umgehauen im zweiten versuch die sie nenne ich das oh wunderschön leuchtfeuer entzündet den viewer nochmal einen hoch auf 37 und dann gehen wir mal zum feuerbrand schreien feuerling schreien klingt einfach cooler und sitzen da jetzt die die äh der boss da schon oh wer bist du denn oh wer seid ihr denn oh und wir treffen uns wieder wir sprachen vorher auf der runde der sacrificier andre von Astora ich bin sehr froh dass du dich sicher wir sind auf dem kathedrall des tiefes aber Aldrichs coffin war empty der manneter muss haben für seine wahrheit die kleine doll in der empty coffin told sie ja der redelt ja eh nicht viel ach so ladle der verbannte wir reden mal mit dem fred not fred not my feet are here firmly planted for i am a lord oh we like it seen better days but now transposition is the art of in transposing a twisted soul its true power thy purpose is to seek lords and slay them was was soll das denn heißen äh rapier des kristall weisen wats wat impossiel wo höhlenschlechter großschwert rapierdes Wakas Woats wo Astor's Speer? Für null Seelen wandeln? Hä? Ach so, die Seelen! Scheiße! Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geguckt. Fuck! Aber die Diakonie des Abgrundes waren doch die hier, oder? Mit den vielen Schwertern. Die Wächter des Abgrundes. Oh, hallo? Well, I'm Leonhard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Oh, Aufzugsrack. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do. Ja, ich... Welcome home, must be. Ich besitze kein dunkles Siegel, okay. Then take me. Let me follow you, and come with me. None of those things, I'll just stop you. Farewell, Asher One. May the flame. Ah? Äh, Gegenstände kaufen? Feierbombogen. Und Gegenstände verkaufen. Das hätte ich ja alles ganz gerne noch. So, der Dolch kann weg. Langschwert. Das könnte ich für 1000 Seelen verkaufen, das war ja kein guter Tausch. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ah, kaputt so einer Maid. Ja. Schwirrbolzen. Weg damit. Ashen One. Das ist was? Gut, verstärken können wir nur den Bogen. den lassen wir aber nochmal in Ruhe. Wir können mal gucken, Waffe durchwirken. Da geht's. Gibt's ja irgendwie so nicht viel. Hm. Jo, danke. Tschüss. Äh, wo wollten wir denn jetzt hin? Ich geh hier nochmal zur Diakonie des Abgrunds. Ich dachte eigentlich, das wär schon einer der Fürsten gewesen. Da wär ich jetzt zumindest fest von ausgegangen. So, hier gibt's ja auch nichts weiter. Hier gibt's ja auch nichts weiter. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Oh, leck, leck, leck. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann spüCHer die Combine des Abần deckован. Auf jeden Fall vor. Das heißt dann ja, dass wir jetzt eigentlich da irgendwo weiterkommen müssten. Rein theoretisch. Aber irgendwie nicht. Sehr merkwürdig, ich bin gerade ein wenig überfragt. So, was haben wir da nicht? Da gibt es doch auch nirgendwo einen Hebel. Oder ist das da doch vielleicht ein Hebel? Das kann natürlich sein. Nein. Müsste ich nur mal eben schauen, wie wir da nochmal hinkommen. Äh, hier lang? Nee. Noch mal runter? Oh Gott. Hier hatten wir ja auch noch gar nicht geschaut. Ah, schau mal einen an. Einen Hebel. Oh. Uh. Das sieht doch schon mal interessanter aus. Hat aber irgendwie nichts zu bedeuten. Aber vielleicht hat es ja doch irgendwie was zu bedeuten. Hehe. Irgendeinen Sinn wird das schon gehabt haben. Das Ding hochzufahren. Oh. Oh. Hm. Gibt es hier noch irgendwo wieder was? Nö. Hä? Fuck! Ahhhh. Gut, dann machen wir mal an dieser Stelle nochmal eben. Ach ne. Wir machen keine Pause. Wir ziehen noch eine halbe Stunde durch. Und ich werde nur eben die YouTube-Aufnahme nochmal neu starten. Das haben wir nochmal neu starten.